Dich muss man auch hier sein. Also... Ja, aber guck mal, wie dick das Ding hier ist. Warte mal. Ne, auch nicht. Hier. Auch nicht. Da muss halt Dings oben drüber sein. Oh, 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 was sehe ich denn hier? Was denn, wo bist du denn? Moorstein, Moorstein, Moorstein! Ja, nimm mit das Ding mal. Warte mal, hier muss halt Dings drüber sein. Das ist halt hier nicht der Fall. Den kannst du... Oh, ich glaube ich habe einen gefunden, oder? Sei die da? Warte, 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 warte. Ah, den? Jo, 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 jo. Da muss halt oben drüber ein Ding sein, ne? Ein Blatt. In der Luft. Reicht immer noch nicht. Du musst halt ansetzen, wo du willst, hier. Haben wir den jetzt kaputt gemacht? Nee. Der muss gehen. Was ist denn mit dem, den Kleineren hier, ja? Man muss ja nicht direkt übertreiben. Ja, aber wenn der hier auch nicht funktioniert, dann stimmt wir mit den Bäumen nicht. Na, da muss halt oben drüber Dings sein. Ein Blatt. Kein Holz. Blatt muss da drüber sein. Und deswegen geht das nicht. Wir müssen uns die Risiken suchen, man, die wir letztes Mal hatten. Ja, die waren aber in die anderen Richtung. Ja, in die andere Richtung halt. Ja. Wo soll ich... wo... da... ab dafür... Da muss halt... Da muss halt... Der einzige... der einzige Vorteil der neuer komischen roten Wüstung ist, dass man euch sieht von Weitem. Hier drüben, das ist doch hier zauberhaftes Segen, oder man? Boah, ich fürchte. Hier, zack, wo der... Da ist ein Dummeln, ja. Der, der, der meinst du, ja? Ja. Ha, 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 ha. Ich hab kein Platz mehr, kann mal einer mit seinem Magnet herkommen? Ja, ich sammle mal hier im Wasser auch, ja. Läuft! Voll! Hast du das Video gemacht? Natürlich. Den Zusammenschnitt hätte ich gerne bei YouTube gesehen. Ich sehe das ja immer nur von unten. Und dann mehr. Ja, der Lümmel ist halt total übertrieben. Das hat keine 10 Sekunden gedauert, dann war das Ding weg. Nochmal, nochmal! Neu zu... Das Ding ist halt, der Server geht davon halt in den Knie. Den musst du ja neu starten halt, ne? Ja, den musst du eh gleich. Aber, ne, nochmal geht nicht, ich bin voll. Bin wirklich voll. Ja, dann schick doch nach Hause mit, ne? Ja, nee, ich hab nichts mitgenommen. Ja, ich schmeiß raus, ich schmeiß rüber. Schmeiß nach Hause hier den Mist. Du solltest übrigens deinen normalen Lampelümmel dort nicht ansetzen, Mutzi. Ich hab keinen normalen. Also, den... Das ist mit deinem Head weg. Deinen Lümmel, meine ich. Ich hab jetzt so einen Kobaltlümmel hab ich. Ähm, mit... Ähm... Einen ganz großen Batterie. Reicht nicht. Geht eh kaputt. Du musst ja eh gleich einen neuen Baum. Wollen wir testen? Da drüben ist so ein Baum. Testen wir. Du musst halt einen suchen. Du musst halt einen suchen, wo viel Blatt dran ist. Ja, der hier leider nicht. Ja, aber da ist halt wieder die Gefahr, dass du den nicht durchkriegst. Nee, der ist sogar schon angetestet. Nee, der ist schon angetestet. Nee, der ist schon angetestet. Nee, der ist schon angetestet. Der wurde schon angetestet. Wo seid ihr jetzt hier? Da? Überm Baum. Ja, warte mal hier drüben. Boah, hier ist es doch hier. Ich hab einen. Boah. Ich hab einen. Der Linke. Einmal ansetzen, bitte. Möchtest du versetzen? Ich mach mal mit meinem blöden Limmel. Ja, da kommt gleich einmal... Oh, es leckt ein bisschen. Oh, warum geht? Ist der kaputt? Er ist kaputt. Äh, Batterie ist alle. Batterie ist alle. Ja, bei mir ist er halt komplett kaputt gegangen. Nein. Batterie, null. Läuft. Der ist halt zertrocken, Freund. Oieieie. Ich hoffe, du machst doch die News. Klar. Du, äh, du solltest mal einen Magneten ausmachen. Danke. Einmal abgenommen. Ich leere. Aber den letzten, der war doch größer, oder? Der war viel größer. Der ist Serverdorf noch zu stark? Hier, was ist hier? Hier, 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 hier? Was ist mit dem hier? Nee, der ist... Der war noch größer, ohne Scheiß. Oh, Moment mal, da war ne Kiste drin. Oh, was? Oh ja, dann guck mal. Äh, vier Äpfel, Kaktus. Und hier ist auch ne Kiste. Und Milkbuttket. Mimimut. Hier ist was Heats und Scheiß. Wie auf Transformation, Zeppling. Hört sich gut an. Ja, Transformation hört sich immer gut an. Ja, der sieht doch gut aus hier vorne. Der ist so knuffig. Machst du? Warte, warte. Mach du mal. Mach du mal. Ich guck vom Wein. Der wurde, glaub ich, schon eingehauen hier. Mach mal. Mach mal. Warte mal. Ich muss eruieren, wo Papier... Seid ihr ready? Ja, bereit. Geh los. Okay, ist kaputt. Ging nicht, warte. Auch nicht. Nee, das ist wieder so ein Baum, der haut mir. Äh, der daneben direkt. Der ist wieder zu klein. Der daneben direkt. Aber guck mal hier, äh... Oh, ne, doch. Ich nehme zu, ich revidiere. Ja? Alter, okay. Der soll's sein. Nein. Nein. Nee, auch nicht. Ich hätte hier noch so einen ganz, ganz hohen. Du hättest den mal sehen sollen, letztes Mal, den wir, äh, zerkloppt haben. Ja, den müssen wir aber wiederfinden. Das ging gar nicht. Das ging überhaupt nicht mehr. Den haben wir zerkloppt. Und der war erst mal 10 Sekunden stand. Äh, der dreht schon nach hinten? Nee, auch nicht. Geht das hier so irgendwie? Ach, das... Die sind kaputt, die Bäume. Nach hinten? Guck mal da hinter dir, Mutts. Wiesst du das große Ding da? Ja. Ja, ist doch schön hoch, das Ding. Hi! Hallo! Ja, hallo! Und ran da in die Buletten! Hier ist doch aber, sieht gut aus. Mach mal. Ich setz, ich setz meinen an. Nee, auch nicht. Die großen Bäume mobben uns. Letzt Mal war einfacher. Aber, äh, der da rechts daneben? Der rechts daneben? Oh! Ja, der muss. Also da ist so viel Blatt dran. Das muss. Warte mal. Ich mein's nicht. Ich versteh'n. Oh, oh, warte, warte. Okay, jetzt. Warte, ich glaub... Warte, ich glaub... Was ist denn mit dir, Creeper? Hau mal ab hier. Ja! Ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Jetzt kommt's. Oh! Jetzt passiert was? Ja! Der ist, äh, weg. Hä? Ich hätte dichter dran sein müssen. Warum fällt? Warte, sag mir jetzt bitte nicht. Du hast das nicht drauf. Doch, doch. Aber das ist halt irgendwie nur verschwunden einfach, das Bild. Ja, das leckt halt, ja. Müssen wir nochmal machen. Das geht so nicht. Ja, dann könnt ihr mal das Holz einsammeln, bitte. Ja, erst mal wieder einsam. Ich bin schon hier oben rum am springen, ja? Mir geht mein... Mein Vibrado geht nicht mehr an. Warte, dein... Sammler? Ja. Meine Energie... Achso, warte mal. Doch, Energie hab ich. Doch, ist an. Alles klar, läuft. Ich hab F1 gedrückt. Du weißt, wie viel Holz da nach Hause ins System kommt mit, ne? Und dann haben wir da eine Kiste. Oh, ich bin schon wieder voll. Bin auch voll. Tja, ne? Alles direkt rüber. Haben wir denn alles? Geht gut aus, ne? Hier oben ist noch eine Kiste mit irgendwelchen Setzlingen drin, ne? Hier oben auf dem Baum, wo ich bin. Der hier oben in der Mitte ist auch noch eine. Das Ding ist... Charme auf Keeping. Ja, ne mit heute, ne? Ich weiß, was das ist. Oh, Darkwood Zeppling? Das hört sich so an, als wären wir bei Andy im Loch mal, äh... Nee, 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 nee. Nee, der muss da Redwood hinhauen. Oh, Sugar King, jetzt kannst du Papier rausmachen. Aber der sieht hier... Oh, Alter! Der sieht halt richtig nice aus. Aber an dem war ich schon dran. Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen ein Jigzi mit unserer Kiste hier. Hier oben. Hier waren wir schon dran. Stopp, stopp! Runter! Ich komm schon hoch. Ich hab die... Hier! Da! 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 Das Ding hier. Links neben dem Dünnen. Moment, 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 Moment. Ah! Waren wir da schon dran? Sag mir jetzt bitte nicht, wir waren hier schon dran. Jungs, wir waren hier noch nicht dran. Oh, oh, ich bin ganz aufgeregt. Das... Ich möchte, dass das Video heißt, äh... Holzfällen für Männer. Selbstverständlich, selbstverständlich. Dauern Moment, ne? Dauern Moment. Ich würde dir ja was abnehmen. Lass einfach mal los. Ach du, mein ME-System ist komplett leer. Nimm mal mehr, meinst du ist fast voll. Ja, schmeiß rüber. Nö, geht jetzt gerade nicht. Du musst dich da ran nutzen. Den hatten wir schon, ne? Ja, der linke hier, der linke da vorne, der dicke. Ja, ja. Das ist aber auch der letzte, möchte ich kurz mal anmelden. Alles klar, okay, mach mal. Das ist der letzte, ich hoffe er geht. Ich komm auch diesmal mit auf, 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 ja, bin dran. Okay, warte, ich setz an jetzt? Ja, läuft. Oh ja. Dein Tixi, ey. Ohne Witzix. Also wenn du damit nicht ein paar Klicks bei YouTube kriegst, dann weiß ich auch nicht. Ja, dann ab dafür oder was. Sagst du tschüss? Was? Sagst du tschüss? Ja, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss, wiki, wiki, wiki. Tschüss, wiki, wiki. Tschüssi. Kloppentypen, ey. Musi. Musik